Wir kommen jetzt zu unserem großartigen Format Tiere suchen ein Zuhause. Es geht ja nicht allen Tieren so gut wie ihrer Fellnase, die vielleicht bei ihnen zu Hause wohnen darf und zu ihrer Familie gehört. Deswegen besuchen wir jetzt das Tierheim Murtal. Vielleicht lernen sie dort schon ihr neues Familienmitglied kennen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie diese Woche wieder mit dabei sind bei Tiere suchen ein Zuhause hier aus dem Tierheim Murtal. Wir werden Ihnen heute wieder einige Tiere vorstellen, die dringend ein neues Zuhause suchen. Nun möchte ich Ihnen die Mimi vorstellen. Die Mimi ist eine etwas ältere Dame schon. Sie wurde 2008 geboren. Man darf aber nicht vergessen, Katzen werden im Schnitt zwischen 17 und 20 Jahre alt. Mimi braucht dringend einen guten Platz bei Ihnen zu Hause. Es kann auf alle Fälle in einer Wohnung sein. Es ist kein Problem. Sie sollte nicht mehr nach draußen gelassen werden. Sie liebt es zu schlafen und von Ihnen verwöhnt zu werden. Sie braucht Streicheleinheiten und wird es Ihnen auf alle Fälle danken. Sie werden mit Mimi noch sehr viel Freude haben. Geben Sie ihr neues Zuhause. Sie würde sich auf alle Fälle freuen. So sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Im Namen des Tierheim Murtals, wir von ATV und der süße Baumtee bedanken uns für Ihr Zusehen. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Tiere suchen ein neues Zuhause. Mal liste! Vielen Dank.